Ladebildschirm, yay. Okay, irgendwie sind die Kopfhörer aber gerade auch nicht besser. Ich glaube, ich muss die Kopfhörer nochmal neu installieren. Irgendwie sind die gerade im Walks. Ich wechsle das wieder. Okay. Ich bin schon Level 10 oder 15. Ich bin jetzt auch entweder mit 10 und 15. Du auch? Okay. Ich glaube eher, dass du 15 bist und ich 10. Was steht denn bei dir in groß da? 10. Okay, bei mir stand auch 10 in groß. Okay, ne, dieses Rückenkissen ist definitiv nicht gut, ey. Für das Hohlkreuz meinst du? Ja, ja. So, markier mal was, wo wir jetzt mal 2 Minuten länger leben. Hau raus. Okay. Wo bist denn du? Ich bin nicht von Markierungen geflogen. Aber ich glaube, ich lande hier zwischen den Containers. Guck mir mal den kurzen Garten hier im Wald an. Den Garten im Wald? Ja, da wo ich die Markierung gesetzt habe. Achso. Oh, der hat noch verbannt, echt ruhig. Alles klar, Waffe. Super. Schatzruhe. Ich bin nur in Verband und Munition hier, ey. Ich kopf das nicht. Oh, nee. Schatzruhe. So, ich komme nicht in deine Richtung überlaufen. Ich glaube, ich sollte vorsichtig sein, weil in deiner Richtung sind vor allem viele abgesprungen. In meiner Richtung? Ja, da in den Wald rein. Okay. Deswegen, deswegen hatte ich hier abgedreht. Ich habe hier irgendwie niemanden. Ich sehe irgendwie auch keinen. Okay. So, was ist das? Medikid. Da vorne bist du. Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm. Was ist das denn? Oh, lol. Pilze, die dir Schutz geben. Bin da auf dem komischen Wagen, war gerade ein Schatz tot. Okay, cool. Willst du, wo wir lang müssen? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hier irgendwie in dieses komische Container-Ding rein. Ja, da war ich ja vorhin. Da bin ich vorhin gelandet. Da rennt einer rum. Pass auf. Ja. Grad gesehen. Ich bin aus von da. Hast du den? Nö. Ah, zwei Mann. Wo? Ah. Hatten wir uns beide gekillt jetzt, oder was? Scheinbar. Womit hat der uns gekillt, Alter? Ich weiß es nicht. Wir waren zeitgleich platt, waren wir. Wo ist denn mein GeForce Experience hier? Da hat ein Desk gespeichert. Neuer Modus noch über. Was ist denn dieser tolle neuer Modus da? Und Absprung. Da ist er jetzt. Die Bunker am Besuchen. So, du kannst von mir erst das nehmen, was unten ist. Na, ich habe schon eine Tolle gefunden. Achso. Okay. Waffe habe ich es nicht. Dann habe ich jetzt eine Pistole, ein Sturmgewehr und eine taktische Schrotze. Und Granaten. Ja, ich habe Sturmgewehr. Hier, hier gerade im Labyrinth. Hey, Digga. Wer prügelte denn da um sich, ey? Okay. Äh, ich hoffe es warst du? Naja. Ja, ich dachte ich frag mal nach. Okay. Kommt schon, Gegner. Wir killen euch alle. Mhm. Wann? Bestimmt. In 100 Jahren vielleicht. Alter. Wir sind voll aus dem Kreis raus. Ach, der Kreis geht gar nicht immer in die Mitte. Der sucht sich jedes Mal einen neuen Ort aus. Ne, der Kreis ist immer unterschiedlich. Baut hier irgendwo einer? Siehst hier irgendwo was? Ne, ich glaube nicht. Hä? Okay. Taktische Schrotze. Willst du die? Okay. Nö, lass mal. Ich bin nicht so der Schrotzen-Typ. Naja, Munition kann man immer gebrauchen. Ja, wenn ich den Schuss herfalle, ich weiß nicht, ob du das passt. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Hä? Okay. Hier steht eine Wand. Hier hat mal einer gebaut. Ja, hier war wohl mal jemand. Hier stehen überall die Türen auf. So ungefähr. Was ist das? Munition-Raketen. Aha. Okay. Oh, kann man ja mal mitnehmen. War schon offen. War schon offen. War schon offen. War schon offen. Hm. Da steht auch schon wieder was gebautes. Ich glaube, wir sollten irgendwann wieder in die Mitte vom Kreis laufen. Ja. Okay, dafür kriege ich scheinbar kein Holz. Schade. Also für die Zerstörung von anderen Holzgebäuden, von denen kriege ich kein Holz. Okay. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Holz. Ich habe gerade mal 13 Holz. Ja, ganz ehrlich. Wenn wir gerade eh keinen hier in der Umgebung haben, dann kann ich auch ruhig einen killen. Ja, aber so schnell wie wir sterben, brauche ich kein Holz sammeln. Warum so? Ist manchmal ganz praktisch. Ich kriege die Dinger mit dem Controller gar nicht so schnell aufgebaut. Ja gut, praktisch ist halt, dass ich direkt Daumentasten an der Maus habe. Ja, ja. Deswegen, solche Spiele spiele ich immer mit Tastatur. Oh, yeah. Warte mal, ich muss noch irgendwas einstellen. Was steht hier? Ah, Schildtrank. Nice. Willst du einen Schildtrank? Hier, da hast du ein Schild. Habe ich. Groß. Achso, okay. Ja, ich habe auch. Mehr geht eh nicht. Zwei große habe ich irgendwie. Siehst du, für sowas zum Beispiel ist das ganz praktisch. Da hinten kommt wieder ein Ballon. Trommelgewehr, Zwillingspistolen. Äh, ich glaube der Dingswehr gleich kleiner kann das. Also blau gerade. Ah nein. 44 Sekunden, 33, 43. Äh, ich ruf mal eben zu dem Ballon rüber. Der liegt da in der Richtung. Und, was ist das schönes? Ah. So, Infrarot-Stromgewehr. Jetzt haben wir es. Und Verbände. Nice. Ähm, wir sollten schnell weiter, ne? Da kommt gerade der Lieder-Sturm. Ich bin da. Ich renne. Ich renne. Mir steht ja gerade ein Berg im Weg. Du läufst links rum, ich rechts rum? Okay. Ja, scheinbar. Lauf, Horst, lauf. Alter. Okay, schön. Echt? Ja. Eliminiert von Porks. Ach, da war einer. Ja. Hm. Ich war gerade ein Baum am Abholzen. Da werde ich von hinten gekillt. Ah, da. Highlights. Nice. Ich bin. Ich wäre rausgeflogen. Ach, deswegen stehst du da drauf rum. Ich bin aus dem Spiel geflogen. Ne, ich weiß nicht mehr. Hä? Hä? Was trinkst du da? Schild bringt dir in dem Fall nichts. Ich hatte gehofft, da wäre was sinnvolles. Ne, der blaue Trank ist Schild. Schild. Ah, ich lauf weiter. Schild. 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 Bis zum nächsten Mal.